Das Diorama Omaha Beach, Normandie, Juni 1944, das vom belgischen Schiffsmodellbau-Club MBV Hofstade mit einem echten Wasserbecken erstellt wurde, zeigt den Strand Omaha Beach nach der militärischen Eroberung durch US-Truppen und deren Logistik des Nachschubs im Zweiten Weltkrieg. Zu sehen sind schwimmende Portons, die durch Brückenelemente mit größeren Portons verbunden sind und als Anleger für die Versorgungsschiffe dienen. Ferner sind auf der Vorderseite des Dioramas, das ungefähr eine Breite von 5 Metern und eine Tiefe von knapp 3 Metern hat, Landungsschiffe zu sehen, aus deren geöffneten Bugklappen Panzer am Strand anlanden.